Wer ist Georg Friedrich Händel? Hier sind ein paar Informationen. Fahrer Mondo, lauf weg, so weit du nur kannst. Lauf, Junge, lauf! Forrest Gump! Und die Kaffee ist uns verrichtig, denn wir können Vertriebe spielen. Hey Leute, guckt mal, wen ich hab. Kommst du wohl mit? Nein! Hey Ter, wen bringst du uns denn da? Das ist Chloe, seine Schwester. Was wollt ihr von mir, ihr Loser? Mach dir bitte keine Sorgen, ich werd alles für dich tun. Und noch sind wir nicht verloren. Die Angst zu meinem Bruder macht mich noch verrückt. Versprich, dass du uns schützt für unser beider Glück. Ich muss mich aus ganzem Herzen passen. Ich weiß ja selber nicht, was das ist. Ich wollt's nur zu viel, du verschwindet. Kleiner Bruder will zu mir jetzt ernsthaft drohen. Soll ich dir wie Mama wieder mal den Arsch versolen? Mach dich auf Mann, du bist und bleibst auf ewig ein Pisser. Horror-Boss dieser Gang, du elendiger Wichser. Und du nennst dich mein Bruder? Ich schäme mich für dich. Du mieses, kleines Nichts, ich spuck dir ins Gesicht. Du Verräter, lass dich hier nie wieder sehen. Diesen Bitch-Mut von dir werde ich niemals verstehen. Sollen die mich ruhig in den Kerker werfen, doch ich bleibe ich. Und ab sofort steh ich dazu. Mandy, ich konnte dir nix sagen, denn es war tabu. Guck zu und lerne, was eine Frau alles kann. Und jetzt gib mir deinen Mantel. Was, du spinnst wohl? Das ist Svens Mantel. Ich hab gesagt, den trag ich so lange, bis ich... Du hast hier gar nichts mehr zu sagen. 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 Amen. Amen.